Liebe Freunde des guten Geschmacks, ne, dann werdet ihr gar nicht hier, äh, liebe Freunde des, äh, des, des Wahnsinns, ja, wir sind mit Die Zentrale, vielleicht auch interessant für, äh, Rotz-und-Wasser-Hörer, wir sind am Freitag um 19.30 Uhr, Thomas Waldack und ich live auf Twitch. Wir sind auf Twitch, warum auf Twitch? Wir sind doch eigentlich ein Podcast-Format, ja, aber wir wollen über verschiedene Buch-Cover reden. Und zwar über die Dillendock-Serie. Ne, Quatsch. Übrigens ganz interessant, könnte man auch mal ein Video machen, ist die deutsche Version von Dillendock genauso gut wie die italienische. Da ich aber kein Italienisch kann, wenn wir dieses, ja, dieses Rezionie lösen können. Ähm, nein, wir reden über die Nürnberger Prozesse. Lieber nicht. Schwieriges Thema. Ähm, ne, Quatsch. Thomas Gottschalk auch nicht. auch nicht. Ja, von der Löber. Ist das nicht witzig? Guckt mal so. Hä, 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 hä. Ich finde das extrem lustig. Sondern wir reden über... Nein, auch nicht. Auch hochinteressant eigentlich, wer daran glaubt. Und, ähm, ja, aber man muss halt daran glauben. Nein, wir reden über verschiedene Cover- und Bücherformate der drei Fragezeichen. Hier ist ein exemplarisches Beispiel. Ja. Guckt mal, ist das nicht lustig? Äh, der Doppelgänger. Äh, der sieht ja aus... Der sieht ja aus wie ich. Äh, äh. Ja. Also, wir werden wahrscheinlich auch... Was heißt wahrscheinlich? Wir werden Vergleiche machen über die alte Buchversion und die neue Buchversion. Und, ähm, ja, so Alternativ-Cover. Und, ja, das erlebt ihr alles auf Twitch. Viel Spaß am Freitag um 19.30 Uhr. Say, bye, bye.